Rising Eagles vs. Waldschrate Okay, schauen wir mal, wie gut ich klarkomme. So, erstmal das hier machen. So, ich würde sagen, doch, wir hauen mal einfach einen Langschuss raus. Warum nicht? Du bist mit dem Bogen plus zwei, Block, ja, ja, wollte gerade sagen, Block haben sie wahrscheinlich. Ah, direkt hier vorne schon. Ah, der Falkenflug, alles klar. Ja, wurde leider geblockt, aber ist okay. Fangen, wollte gerade sagen, also das muss, das ist jetzt ein cooler Ball. Wenn du den nicht gefangen hättest, das wäre jetzt echt mies. Komm, weil es so lustig war, probiere ich das noch einmal. Again, let's go. Das ist mein Bogen. Also schon wieder? Wieder der gleiche? Ja, ist wieder der gleiche mit Falkenflug. Ach komm, ich dachte der wäre jetzt weiter vorne. Na? Aber leider nicht. Los, hol dir den Ball. So. Ausweichen. Ja, sehr gut. Pushfalle. Hat nicht funktioniert, sehr gut. Dann wollen wir mal. Äh, Megalodon. Let's go. Hau da Dingend jetzt rein. Und? Was macht der denn? Der hat Dreiecksnetz. Und, reicht das aus? Nee, das reicht aus. Ah. Okay. Ich muss schon aufpassen. Hm. So. Multidefensive. Wir schnappen uns den Ball ab. Noch bin ich nicht am Ende. So, dann hauen wir direkt ein Z-Dreieck rein. Vielleicht funktioniert der ja. Dann schon der andere nicht funktioniert hat. So, ein bisschen schlank aber auswechseln. Der kann nichts mehr. Triple Abwehr. Okay. Okay. Aber wir kommen trotzdem durch. Nice. Da haben wir das 1 zu 0. Ich möchte zumindestens aber noch ein Tor schießen. Das wäre ganz gut. Sehr gut. So, wir tauschen einmal aus. So. Dann einmal drauf da. Brauchen wir die Idee? Funktioniert. Sehr gut. Ja, da guckst du, ne? Da guckst du. So. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war ja mehr als knapp. Wie wir den Ball einfach nicht kriegen. Was ist das? Was ist das denn? Wieso ist der denn da hinten wieder? Ach, Spiel. Mach doch nicht so ein Mist. Ist das abseits? Nein. Okay. Okay, er will nichts machen. Deswegen schießen wir direkt mit Pegasus drauf. Und gucken, dass wir zumindest das 2 zu 0 holen. Ich weiß nicht, ob der blockt, weil der nach hinten gelaufen ist. Schauen wir mal. Kein Blocker? Okay. Er kann auch noch die Himmelshand. Die haben keine Auswechsspiele, ne? Also habe ich für die zweite Halbzeit schon gute Chancen. Wunderbar, wunderbar. Immerhin 2 zu 0 vor der Halbzeit. Ist okay. 3 zu 0 wäre natürlich viel besser. Aber was soll's. Ja, die ersten, die waren jetzt nur einfach nur Spaß hier mit Lucky Man. Kann überhaupt noch was machen? Wahrscheinlich, oder? Jetzt wird's heiß. So. Ähm. Eisbecklauf. Pfff. Uh. Die kommen durch. Das passt ihm natürlich gerade gar nicht. So. Dann Powerduft. Alter. Warum kommst du durch? Hör offen mit damit. Weder setz dich doch nicht an der Frau. Oh nein. Aber hier. Bombene Idee. Ja. Bombene Idee hat mich nicht enttäuscht. Sehr gut. So. Einmal raus damit. Aber weißt du was? Wir können auch heiße Faser aktivieren. Warum denn nicht? Powersurfer. Er kann eh nichts mehr machen. Außer die haben jetzt gerade da die zwei Blocker. Nein. Das sollte drin sein. Genau. Können wir jetzt mit Langschüssen die ganzen Tore machen. Der ist drin. Der ist drin. Apropos Langschüsse. Dann würde ich was sagen. Wollen wir doch noch einen weiteren Kandidaten rein. Und zwar ihn hier. So. Heiße Faser von denen ist vorbei. Wir holen uns den Ball mit Sprengmeister. Und aktivieren hier direkt auch Powersurfer. Wenn wir schon noch in der heißen Phase sind, kann er das nochmal nutzen. Let's go. Kein Block. Ein direkter Schuss sogar. Ja. Ich glaube 5-0. Sollten wir schaffen. So. Weiter so Leute. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Die heiße Phase ist gleich vorbei. Ist aber okay für mich. Ist sehr okay für mich. Okay. Wir haben. Wir haben. Dich. Und. Dich. Der Rest. 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 Das wäre nicht so gut. Hol dir den Ball. Yes. So. Ein direkter Schuss. Nice. Ja. Einhorn Schuss. Das war's dann. Das war's dann. Oh. Mit Minion zusammen. Komm. Oh. Block. Was. Block wirkt. Magische Wand. Aber abgeschwächt. Aber ja gut. Das reicht trotzdem aus. Jetzt auch nicht. Die schaffen das noch. Nein. Der Einhorn Schuss war zu stark. Der Einhorn Schuss. Der Einhorn Schuss. Nicht zu stark. Ich dachte jetzt. Hält er ihn. Aber glücklicherweise nicht. Damit haben wir die 5-0. Esring ist schon mal. Zum Greifen. Zum Greifen nah. Das müssen wir nur noch überstehen. Hast du einen Langschuss? Nein. Okay. Das wäre jetzt witzig gewesen. Wenn er jetzt einmal durchgepullert wäre. Komm schon. Was sollte das denn? Ja. Ich weiß auch nicht. Es. Es war mir danach. So. Gruselfratzer. So. Wo ist denn hier? Genau. Oh ja. Ein direkter Schuss. Mal schauen, ob der direkt durchgeht. Let's go. Das wird abgewehrt. Ah. Wieder dann mit Faltenflug, ne? Ja. So ärgerlich, dass es ein direkter Schuss ist, weißt du, und der wird easy peasy gehalten. Nehmen wir mal Halsfelderschlag. Oder auch nicht, weil ich ihn einfach ignoriert, den Ball. Ja, gut. Na dann. Egal, wir haben den ersten Rang. Doppelterfahrungspunkte können wir gut gebrauchen. Bald werden wir ja gegen die Unterweltarmee Z antreten. Das wäre gar nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Levels mitnehmen. Aber eigentlich sind wir schon ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, ich mache ja erstmal noch den oberen Abschnitt einmal durch. Und dann werden wir ja gegen die Antrete. Ja, wenn es euch natürlich gefallen, geholfen hat, wenn ja, lasst es mich wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Spiel dann wieder. Also bis dann.